Ich höre die ganze Zeit, wir hatten konstruktive Gespräche. Ja, so kann man es auch nennen, wenn man sich stundenlang gegenüber sitzt und wer sich zuerst bewegt, muss mit Kubicki ein Pinnchen Küstennebel trinken. Nichts gegen konstruktive Gespräche, aber wie wäre es mal mit konstruktiver Politik? Ja, so ein Vorschlag.